In Salzer singen. Kunstlasen. Frauenfußball. Schlafthof. Schlafthof. Hühnerfrikassee. Werder Bremen. Was für ein Mai war das? Erster Mai. Erster Mai. Frauenfußball. Hühnerfrikassee. Was war das? Kunstlasen. Was hat euch geguckt? Werder. Werder Bremen. Schlafthofußball. Schniepel. Schniepel. Ja, natürlich. Danke schön. Gut. Als Salzer. So. Machen wir mal Salzer. Oh, Salzer kommt. Schwiebel. 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 Ja. Schwiebel. 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 Bei Siles hat jemand diese... Ja, das kommt dann noch. Wenn du erst mal das hier wirst, wo wir jetzt gehen. Genau. Ist das der erste Strophe oder der zweite? 1, 1, 1, 2... Die nachfolgenden Sendungen verschieben sich. Wer mich kennt weiß genau, ich wär so gern eine Frau. Dann könnt' ich's im Fußball sowas bringen. Und müsst ihr mich auf der Bühne ziehen. Ich würde auch Fußball spielen. Oh, oh, in einer der Mannschaft mit der Fiehn. Am wenigstens würd' ich mich schenken. Würd' ich spielen. Oh, der der Bühne. Was wäre ins Hause? Es wäre eine tolle Freundin. Oh, oh, das Pupikum würde auf Hause. Immer und immer, immer an Neu. Oh, ich würde so gut spielen. Alle würden es sehen und würden mir. Tant Hühnerfrika, Seesermir. Ich würde überlegen. Kunstrasen, Rasen. Oh, oh, oh. Würde hier keine Rasentische. Oh, nein, oh, nein. Ich würde so gern eine Frau. Baden-Frauen-Fußball sein. Ich könnte einfach mal ganz du. Mich in so ne Freundschaft reinzusliegen. Dann müsste man auch andere suchen. Ich würde meine Rolle sehr beschrieben. Ich würde dann über den Asen laufen. Würde mich mit anderen Frauen aufhören. Es wäre alles, alles schön. Doch dann würde man vielleicht auch meinen Stiefel singen. Oh, hey. Dann muss es doch gesamt sein. Terroriert halt. Oh, hey. Ein Freund. Untertitelung des ZDF für funk, 2017